Musik Liebe PolenTV Zuschauer, sehen Sie sich mal genau um und raten Sie mal, wo wir heute sind. Sehen Sie, eine Frau vorne, eine Frau hinten, in komischen Kleidern, an der Wand, tausende von Büchern. Wir sind bei einer Familie, bei einer Pulheimer Familie, die sammelt gerne. Wissen Sie immer noch nicht? Dann schwenken wir jetzt mal mit der Kamera rüber und da sehen Sie ein Mitglied dieser Familie und das ist die Frau Bonesen. Hallo, Tag zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Neben mir steht also Frau Ingrid Bonesen und sie ist auch Sammlerin und sie sammelt Alltagsgegenstände. Aber grundsätzlich jetzt erstmal die Frage, wie kommt man ans Sammeln? Ja, wir sind ja, mein Mann und ich, 40 Jahre Lehrer in Pulheim gewesen und dann haben wir im Unterricht festgestellt, dass die Kinder immer gerne etwas haben und es auch länger behalten, wenn sie es echt begreifen können. Das heißt, in die Hand nehmen können. Und aus diesem Grunde haben wir viele Sachen gesammelt, um die hinterher den Kindern zu zeigen oder um Projekte damit zu machen. Und wir stellen viele Sachen auch aus. Und wir haben das jetzt hier zu Hause in der Vitrine mal ausgestellt. Das kommt demnächst ins Mediencenter. Da ist ja auch eine große Vitrine. Da stellen wir schon über drei Jahre aus. So, und diesmal geht es um Alltagsgegenstände, denn die Kinder und auch viele andere wissen ja gar nicht mehr, was war das eigentlich früher? Ich weiß jetzt, Sie, Herr Müller, wissen Sie? Ich weiß, wir sind ja so dramatisch vom Alter auseinander. Also, nee, aber fangen wir mal mit einem Gerät an, das mich fasziniert hat und das ist diese, ich sage jetzt mal eigentlich, erstmal Vase. Ist natürlich überhaupt keine Vase, ne? Das ist gar keine Vase, es ist ganz was anderes. Das ist ein Gegenstand, den man im Sommer gerne benutzt. Und zwar kommt da Honig oder Zuckerwasser rein. Jetzt kommen die Fliegen oder die Wespen, diese Störgeister auf der Terrasse im Sommer, fliegen hier unten rein, wollen an dieses Zuckerwasser, ja, das kriegen sie auch, aber dann klettern sie hier die Wandung hoch und kommen oben nicht mehr raus, weil der Deckel drauf ist. Und nach unten gehen sie komischerweise nicht. Das ist praktisch der Fliegenfänger wie vor 100 Jahren. Praktisch, ne? Da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, und da oben, da sehe ich was, das ist auch, ich glaube, das kenne ich noch von früher. Ich bin ja auch wirklich nicht mehr der Jüngste. Ja, also hier oben haben wir jetzt Sachen, hauptsächlich aus Alu, musste leicht sein. Das hier, das ist ein, die Kölschen sagen, ein Mädchen, das ist ein Essensträger für die Leute, die auf der Baustelle oder in der Fabrik arbeiten. Das kam dann zum Warmmachen fürs Mittagessen ins heiße Wasser. Jetzt konnte man auf der einen Seite Kartoffeln und Soße oder Fleisch und auf der anderen Seite Gemüse oder die Suppe reintun. Oft brachten die Kinder auch ihren Vätern das auf die Baustelle oder zur Arbeit. Ist heute natürlich im Rahmen der Mikrowelle ganz außer Mode gekommen, ne? Also, ein Mädchen. Also, das da kenne ich, das ist eine Wärmflasche, ne? Mit einer Beule drin. Ganz genau. Es stammt aus der Zeit, als es noch keine Zentralheizung in den Häusern gab. Im Winter war es kalt, im Schlafzimmer wurde ja sowieso schon nicht geheizt. So, und dann war das abends, kam heißes Wasser rein, da war das doch richtig schnuckelig warm im Bett. Und wenn wir noch ein Stückchen zurückgehen, ein paar Jahre, da hat man Ziegelsteine in den Backofen gelegt, die schön bis sie heiß waren, erwärmt, und dann ein Tuch drum und unten an den Füßen. Und der Opa von meinem Mann, der hatte immer ein tolles Sprichwort. Der hat nämlich immer gesagt, ein Fraulüchsbein wärmt mehr wie drei Ziegelsteine. So, und heute gibt es ja die elektrischen Heizkissen, heute ist das alles nicht mehr so der Fall. Wo diese Wärmeflasche rumgeflogen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall stimmt, sie hat ein paar Beulen. Sie hat schon was mitgemacht. Aber ich sehe, da ist ein ganz ravinierter Schlüssel. Den würde ich gerne noch sehen. Ja, das zeige ich Ihnen mal. Das ist ein Klappschlüssel. Und zwar ist das ein ganz besonderer Schlüssel. Der ist von der Pulheimer Kirche. Ich denke mal, dass der Küster, so ein Schlüssel war ja meistens aus Eisen. Der musste ja auch was aushalten. Und der war ziemlich schwer. Und da hat der Küster sich wohl ein Alu-Teil dran machen lassen, damit es ihm nicht so schwer in der Hosentasche lag. Also, der Schlüssel von der Pulheimer Kirche ist doch ein schönes Stück. Muss ich schon sagen. Da sehe ich was, das habe ich jetzt auch noch zu Hause. Und zwar habe ich das aber aus Metall. Früher waren die ja ärmer. Und zwar ist das zum Grillen, ne? Eine schöne Grillzange. Herr Müller, da liegen Sie aber total daneben. Das ist keine Grillzange. Also, von der Technik, da gebe ich Ihnen recht. Da könnte man Kotelett mit vom Grill heben. Aber es ist ganz was anderes. Wenn man früher nämlich gewaschen hat, es gab doch noch keine Waschmaschine vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren auch noch nicht. Und um diese Gegenstände handelt es sich ja hier in der Vitrine. Da wurde die Wäsche unten im Keller in so einem großen Waschkessel gekocht. Ja, für die Frau des Hauses war das immer schlimm. Für die Pens auch. Denn an diesen Tagen gab es immer nur Suppe zu essen, weil die Frau den ganzen Tag mit der Wäsche beschäftigt war. Ja, und dann brauchte die diese Wäschezange, so heißt das Ding, um die heiße Wäsche aus dem Kessel in eine Wanne mit klarem Wasser zu legen zum Spülen. Und dann wieder zurück, denn sonst hätte sie sich ja die Hände verbrannt in dem heißen Seifenwasser. Und das war die Wäschezange. Und nicht die Grillzange, ne? Ja, ist ja gut jetzt. Das da, das kennt wohl jeder, ne? Das ist ein Töpfchen. Aber ein vornehmes, mit Gold und sowas, ne? Und das, was da drin liegt, das ist nicht echt. Das haben wir jetzt nur aus dramaturgischen Gründen, haben wir da was reingelegt, damit jeder weiß, wozu die gebraucht wird. Genau. Und es stinkt auch nicht, oder? Kein bisschen. Kein bisschen. Dann tu ihn wieder weg, ne? Tu ihn wieder weg. Man kann das auch essen, ne? Man kann das auch anderen auf dem Frühstückstisch lehnen, seiner Frau, um die zu erschrecken, ne? Mal, das würde uns jetzt, ne? Das wäre eine tolle Idee, da freut sich meine Frau bestimmt. Ich glaube auch. Ich stelle es wieder weg. Jetzt sind wir beim zweiten Sammler der Familie. Das ist der Matthias Bonesen. Ich glaube, der ist der Ursammler. Kann das sein, dass du damit einen fangen hast mit dem Sammler? Das ist richtig, ne? Und warum? Ich habe als Junge immer sehr viel gelesen, denn meine Mutter, die hatte eine größere Bibliothek. Die war Redakteurin später bei einer Gewerkschaftszeitung. Und ich bin dann öfters zu der Oma gegangen, über der Eilstein, und habe dann Antiquariat gefunden. Pekel. Hier das nimm ich. Und der alte Herr Pekel, der hat manchmal schöne Sachen. Und da habe ich mir eh das alte Buch gekauft. Das war nämlich ein Vereine D-Mark, ein Protokoll vom Konzil von Trient. Und da hatte ich Spaß. Und da bin ich immer wieder bei Pekel zu jagen und habe dann da auch viele heimatkundliche Dinge gesehen über Köln. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das war dann die Richtung. Das ist jetzt zum Beispiel ein Buch aus der Sammlung Burnesen. Ist das schon das schwerste Buch, was du hast? Ne, es gibt noch schwere und größere. Gibt es dümmere Fragen, als wenn man fragt, hast du aber schwere Bücher? Ne, Papier ist immer schwer. Das weißt du, ne? Und ich habe letztens ein Paket mit zwei Büchern gekriegt. Da kam der Bote erst fragen, gucken, ob wir zu Hause sind. Denn er wollte die 16 Kilo nicht umsonst tragen, ne? Lass uns mal auf die Inhalte zu sprechen kommen. Du sammelst Bücher, nicht nur weil du darin liest, sondern auch weil sie schön sind, ne? Ja, und vor allen Dingen auch, weil mich die Drucktypen und die Aufmachung freut. Und da gab es ja seit 1470 in Köln schon Druckereien nach Guttenberg, die besonders schön gedruckt haben. Und deswegen ist meine Sammelrichtung, die ganz speziell ist, in Köln gedruckt vor 1800. Und darunter sind also sehr schöne Sachen, typografisch schön oder ausgestaltet mit Bildern oder so, ne? Sollen wir uns das mal angucken? Ja, können wir gucken, ne? Vielleicht in dem Dicken, was du gerade hattest, ne? Dieses Buch habe ich ausgesucht, weil es von 1668 ist, ne? Ja, da, erstaunlich. Und jetzt kann man darin rumblättern oder, also man muss sagen, das ist schon, da hat man was in der Hand, ne? Also da ist schon, ist das Leder hier draußen? Die großen Bücher wurden also besonders eingebunden. Man kaufte den Buchblock, das Papier und je nach Geldbeutel ließ man dann beim Buchbinder den Einband machen. Wenn es große Bücher waren, hat man einen Holzdeckel gemacht und den mit Leder bezogen. Hier in diesem Fall ist es Schweinsleder, das helle, das braune da drüben ist also Rindsleder. Und dieses Buch hier ist deswegen interessant, weil auch der Einband sehr verziert ist. Und innen drin hat die Aufklärungszeit zu Buche geschlagen. Nämlich, Jesuitern haben dieses Buch verfasst. Gucken wir mal rein. Predigten über das ganze Jahr. Das fängt ja schon mal schön an, ne? Guck, erzähl um im Berge. Und hier sind jetzt für das ganze, für die Festtage des Jahres immer wieder Predigten zusammengedruckt. Und zwar so, dass vorne immer zunächst ein lateinischer Text steht von alten Schriftstellern aus Römer Zeit. Und danach dann Dinge aus der Bibel. Und dazu ist das mit kleinen Bildchen illustriert, die aber teilweise gar nicht so geistlich anmuten, sondern sehr weltlich anmuten. Da wäre zum Beispiel hier Christi Himmelfahrt. Und Christi Himmelfahrt, da hat man in der aufgeklärten Zeit den Engelchen hingesetzt, dass Raketen in den Himmel schießt. Und die Staffage links und rechts sind also Lunden und andere Himmelfahrt. Wann war das? Wann hat man das gemacht? Ja, 1668. Zum Beispiel zu Karneval. Hier jemand, der die Triangel und die Drehleiher spielt. Oder... Das finde ich sehr interessant. Das zeigt deinen Beruf. Du warst ja Lehrer. Ja, und dann ist der Lehrer... Ja, der Lehrer, der gießt seinen Schülern die Wissenschaft mit der Gießkanne ein. Also der Trichter von Nürnberg so ähnlich in der Variation. Dieses Bild habe ich in einem Bibliotheksbuch gefunden. Hiebst du mir das nochmal da drüben? Ja. Ja, und habe das dann als Ex Libris verarbeitet. Hier. Dieses Buch, das habe ich gefunden. So, das ist das gleiche Foto. Das ist das Foto. Ich habe es, ja, ich habe es etwas verkleinert und habe diesen Text hier drüber gesetzt. Das war für den Lehrer dann besonders wichtig. So oder nie eingetrichtert. Was heißt Ex Libris? Aus dem Bücherbestand. Und dann steht da dein Name drunter, das heißt aus meinem Bücherbestand. Ja, und manchmal verleiht man ja irgendwas und derjenige weiß nicht mehr, an wen ihn zurückgeben soll. Da kann er dann nachgucken. Jetzt habe ich hier was, das sieht ja eigentlich ganz neu aus. Wenn man aufklappt, ist es aber dann doch alt. War das mal kaputt oder hast du da was machen lassen? Ich habe manchmal, weil ich nicht so viel Geld hatte, habe ich oft sehr defekte Bücher gekauft. Und ich hatte einen älteren Buchbinder, der Chef von einer Papiergroßhandlung war. Der hat mir dann diese Dinge billig wieder neu gebunden. Und dadurch konnte ich aber Geld sparen. A. Durch guten Einkauf von Schäppchenbüchern. Und B. Durch den Buchbinder, der das sehr preiswert gemacht hat. Jetzt lass uns mal kurz was über Bücher sagen. Du hast jetzt von Geld gesprochen. Sind Bücher noch viel wert? Ja und nein. Es gibt also zum Beispiel Bücher, die manche Leute zum Bibliothekar oder zum Antiquat tragen und denken, das ist 1820 gedruckt, das muss ein tolles Geld bringen. Nee, nix. Der bringt die auf die Kippe. Obwohl er zu alt ist? Ja. Das ist also nicht so wesentlich. Weil in manchen Jahrhunderten ist zum Beispiel viel Geistliches gedruckt worden. Und nicht sehr schön gedruckt, muss man auch sagen. Und das ist eben dann nicht wertvoll. Das heißt, eine Bibel aus dem Jahre 1800, tralala, ist gar nicht so wertvoll, wie man vielleicht vermuten würde? Es gibt also welche, die natürlich schön ausgestattet sind mit Bildern und so weiter und Stichen. Dann ist es schon etwas wert. Aber wenn das nur der gedruckte Text ist und ein einfacher Einband, dann gibt es höchstens 20 Euro, wenn überhaupt angekauft wird. Also sag mal... Die Bibliothekar kaufen für 25 Prozent an. Und wenn es gut ist, sehr gut, dann für 30 Prozent. Nicht viel höher. Das heißt, wenn man jetzt mal auf die idiotische Idee kommt, hier einbrechen zu wollen, trotz Alarmanlage, es ist nichts so wertvoll, wie man vielleicht denkt. Man schleppt dann ganz viele Bücher raus und kriegt nichts dafür. Das stimmt. Ich habe ungefähr 13.800 Bücher. Hat keinen Sinn. Alles klar. Ich habe die auch sortiert, damit man etwas findet. Du siehst hier immer eine Nummer. EK 620, Erdgute 620, Pullheimer Bestand, Wohnzimmer 6.2. Das ist Wohnzimmer, sechstes Regal, im Uhrzeiger sind zweite Etage von oben. H5-7. Ne. Doch, H5-7. Das ist mein Arbeitszimmer, fünftes Regal, siebte Etage von oben. 33, 33. Und da hat einer hier ein Inhaltsverzeichnis gemacht, wenn es kein Inhaltsverzeichnis davon gibt. Da steht ja Kraut und Rüben durcheinander und ist auch schlecht gedruckt. Ach so. Also eigentlich ziemlich wertlos. Ja. Obwohl ein schönes Buch ist eigentlich. Aber man hat manchmal Glück. Ich habe jetzt hier keins hingelegt. Ich habe letztens bei jemandem ein Bügelchen gekauft für 35 Euro. War ganz dreckig. Ingrid hat es sauber gemacht. Und die Titelseiten fehlten. Und dann habe ich aber rausgekriegt, weil bei alten Büchern, ganz alten, immer der Druckvermerk hinten ist. Hier steht der Drucker. Da. Und dann habe ich gemerkt, dass das in Antwerpen gedruckt war. Und dann habe ich in Antwerpen nachgehört, die haben mir nichts gesagt. Aber hier in der Unibibliothek habe ich eine tolle Bibliothekarin, die hilft mir immer, die Frau Bischof. Und die Frau Bischof hat dann ein sechstbändiges Werk eines Professors. Der hat über die ganzen Druckvorgänge in Antwerpen geschrieben. Und der hat dann herausgefunden, dass dieses, da stand die Titelseite abgebildet. Und da stand auch drin, dass es nur zwei komplette Exemplare gibt in der Welt. Ich habe dritte. So, jetzt haben wir hier das mit dem neuen Einband. Und da blättern wir auf. Und da sieht es ja schon schön aus. Da ist die Weltkugel. Das heißt, dieses Buch handelt wovon? Dieses Buch handelt also über die damaligen astronomischen und erdbeschreibenden Gegenstände. Also der hat er auch schön gemerkt. Das hat der Mann aus Ingolstadt mit 24 Jahren verfasst für den damaligen Kaiser. Und er hat dann das in einer eigenen Druckerei, er hatte eine eigene Druckerei in Ingolstadt, hat er gedruckt. Und das hat er auch gemacht hier. Wie heißt er? Er heißt, der Mann hieß Bienewitz, hat aber seinen Namen latinisiert Apianus. Ach so. Und das hier ist jetzt die Welt und da kann man bestimmte Konstellationen, sage ich mal, mit einstellen. Ja, von den Stirnen und so weiter. Und das hier ist ein Lot? Das ist ein Lot, damit man das auch machen kann. Also man könnte einiges berechnen. Ja, und Drucktechnik ist das auch interessant, wenn du hier die Rückseite siehst. Ach so, ja. Da muss ja irgendwie kaschiert werden, ein Drehbar sein. Ja, ja, klar. Okay, fahren. Ach so, dann haben die da so einen, ja, man spürt hier, da ist so ein Knubbel drunter. Da ist dann das Lager für diese drehbaren Scheiben. Und es sind insgesamt vier drehbare Objekte drin. Ja, ja, ja. Und hinten sind dann noch Berechnungen. Sag mal, das wäre jetzt für unsere eins nicht. Oder auch wie gemessen werden soll. Ja, ja, ja. Ach so, ja. Hier siehst du wieder die Tabelle. Ach so, jetzt haben wir hier schon wieder. Ist leider das Lot weg. Ah, ja, ja. Und hier hinten hat er dann ganze Berechnungsbeispiele gegeben, wie man alle möglichen Dinge berechnen kann. Ach so, ja, ja. Das war aber jetzt nicht speziell für eine Schule gedacht, sondern... Nein, das war unter Gelehrten. Unter Gelehrten, ach so. Und wie gesagt, das hier ist ein Kölner Nachdruck, 1575, von einem bekannten Kölner Drucker Friesen. Der hat sehr schön gedruckt. Und deswegen hat er unternommen, das nachzudrucken, weil das sehr schwierig ist. Ja, ja. Jetzt haben wir hier ein Buch, das hat was mit Köln zu tun. Erstmal, es ist eins deiner Lieblingsbücher. Ja. Und man hat, komischerweise sieht man hier zwei Ex Libris. Wir haben ja gelernt, Ex Libris heißt, das ist mein Buch. Jetzt, da gehört ja das erste Mal dem Heinrich Bäcker und das heißt jetzt, du hast das dem abgekauft. Nein, ich bin ja oft dann zu Antiquaren gegangen, Bücherhändlern mit alten Büchern. Und die Bücherhändler bekommen immer wieder neue Sachen rein von Leuten, die gestorben sind oder Verwandte, die etwas verkaufen. Und das ist hier von einem bekannten Kölner Sammler Bäcker, der hat aber im 19. Jahrhundert gesammelt. Und ich habe das gekauft, weil es a. in Köln bedruckt ist und zweitens, weil was Interessantes drin steht. Denn der Mann, der das geschrieben hat, war Ernst Weiden. Der hat Köln vor 150 Jahren, Kölns Vorzeit. Und hat dann hinten noch von dem Herrn de Noël, der viele Kölner Lieder gemacht hat, hat der auch Texte aufgenommen. Und deswegen habe ich das gekauft, 1826. Da steht auch was über Pulleheim drin. Hier steht also ein Vers, eine Tanzweise. Leider, mein Großvater konnte das singen, ich habe es vergessen. Wer wird mit einer Pullemjohn, Pullemlidem Sümsche, wo die Ardien Mädchen sind, mit der Wiese Strümsche. Wie Sie sehen, liebe Zuschauer, könnten wir beide, wie lange könnte man noch über Bücher sprechen? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? Aber bestimmt intensiv ein paar Wochen. Können wir eins nach dem anderen rausziehen und man kann über fast jedes eine Geschichte erzählen, die ich damit verbinde. Da glaube ich. Gehen wir ein bisschen weiter. Und es ist auch so, dass die Sammelei kein Ende hat. Das habe ich letztens bei Venator gesteigert, 1550, über den Schmalkaldischen Krieg. Ich könnte die Hand nicht runternehmen. Und dann natürlich hier, da sind alle Sachen heimatkundlicher Art. Da ist Kölner Geschichte, aber das geht bis an den Niederrhein hier. Aber man sieht auch noch ein paar neue Bücher. Ja, das muss ja. Guck mal, das sind Kölner Sachen, die irgendwie dahin müssen. Du siehst hier eine Lücke, das liegt noch dahinten, das ist der siebte Band der Kölner Stadtgeschichte, die gerade erschienen ist. Also wenn Sie mal irgendwas über Bücher wissen wollen, über die Kölner Stadtgeschichte wissen wollen und vor allen Dingen über die Pulamer Stadtgeschichte, fragen Sie ihn, er weiß alles. Nö, er weiß nicht alles, aber es kommen immer wieder Schüler, auch mit anderen Sachen. Ich habe unten im Keller eine große Liederbuchsammlung. Und da kam letztens ein Junge, der musste eine Arbeit über das Volkslied, das von der Hitlerjugend vereinnahmt worden ist. Und er meinte, dass nach dem Krieg dann die Lieder verbrannt wurden. Nichts, selbst in den sozialistischen Jugendliederbüchern waren Lieder von Baumann und NS-Poeten. So, was wir jetzt noch klären müssen ist, Sie haben da ein schönes Wirbchen an. Was ist der, Sie laufen ja nicht normalerweise hier mit dem Jäckchen hier im Haus rum, ne? Nein, aber das hier ist etwas Besonderes. Meine Frau, die sammelt ja alte Kleidung und vor allen Dingen Trachten. Und da haben wir aus der Schwalm, das ist also näher von Marbosch, 45 Kilometer östlich von Marbosch, eine Trachtengegend, wo noch Tracht getragen wird, sonntags. Und da kannte man den Schneider und der hat uns alte Dinge besorgt und hat mir dann auch, damit ich für Karneval oder sonst was habe, solche Dinge gemacht. Und das habe ich jetzt angezogen, weil wir gleich mit Ihnen noch was anschauen wollen. Tja, da schauen Sie, hä? Wissen Sie, was das ist? Das ist kein Karnevalskostüm. Das ist ein Originalkostüm eines, und jetzt geht wieder die Frau Bonesen in das Spiel, von wem? Eines Domschweizers, vom Kölner Dom. Original. Und die haben gesammelt, ne? Ja, genau. Wer schon mal im Dom war, der hat das ja auch gesehen. Die haben so einen Sammelbügel und dann müssen die Leute, die den Dom angucken, da ihr Schärflein reintun. Möglichst viele Euro, möglichst auch Scheine. So, und dann waren sie komplett. Also, wenn Sie demnächst im Dom sind und Sie sehen mich da, Sie können da ruhig Geld reinwerfen. Ich kann auch Geld gebrauchen. Und die Hälfte gebe ich dann im Dom. Aber die Frau hier neben mir, die hat noch tausend andere Sachen. Und da greifen wir jetzt mal schnell in die Schatzkiste von der Frau Ingrid Bonesen. Das ist ein kleiner Teil der Sammlung. Da oben sind Schuhtaschen, richtig alte Schuhtaschen. Gut, wenn Lehrer Schuhtaschen sammeln, verstehe ich noch ganz. Aber darunter sind Kleider. Wovon? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, wir haben Hochzeitskleider zum Beispiel. Das ist aber jetzt was Neueres. Das habe ich jetzt Geschenk gekriegt von einem. Wir haben auch Theaterkleider, die man zum Theaterspielen anzog. Man sieht, die sind schon ein bisschen arschramponiert. Die ziehe ich auch nicht mehr gerne an. Ich verleihe sie auch nicht mehr gerne. Hier ist auch noch so ein Theaterkleid. Alles sehr, sehr brüchig. Der Stoff und so. Aber zum Dekorieren sind die immer noch schön. Und dazu brauche ich die auch. Dann haben sie noch eine ganz besondere Spezialität oder man kann schon sagen Liebe. Und das sind Hüten. Also, wenn wir mal da hinten schauen, da sind nur ein paar von den Hüten. Bleibt hier. Und hier vorne sind auch noch welche. Also, Frau Bonesen sammelt Hüte. Und wir wollen jetzt mal kurz zeigen, wie Frau Bonesen mit verschiedenen Hüten aussieht. Moment so. Das ist also jetzt der erste Hut, den wir sind. Das ist mein erster Hut. Das ist auch ein älterer Hut. Und zwar stammt der Hut aus dem Schwarzwald. Es ist nicht dieser Bollenhut, aber auch diese Form. Hinten sind zwei Schleifen. Ich drehe mich mal rum. Ja. Wow. Von hinten genauso schick wie von vorne. Ja. So. Und dieser Hut ist so einer. Die meisten Frauen, die jetzt auf so einer Modenschau sind, die sagen, ich habe kein Hutgesicht. Stimmt gar nicht. Dieser Hut steht jeder Frau. Und ich bin ja auch schon ein bisschen reifer. Also, ich finde, man darf den Hut nur nicht zu weit nach hinten setzen. So. Das wäre jetzt der erste Hut. Jetzt kommt der nächste Hut. Das ist jetzt Hut Nummer zwei. Hut Nummer zwei. Oh, der rutscht ein bisschen. Und zwar, wir sind früher viel in der Schwalm gewesen. Ach Quatsch. In der Wachau in Österreich. Und das ist so eine Wachauer Haube. In alten Filmen sieht man die schon mal. Ist gar nicht so dekorativ. Die rutscht dir ständig vom Kopf. Red ich mal rum. Ja. Ach ja. Aber überall ein Schläppchen hinten dran. Ja. Überall ein Schläppchen dran. Okay. Das ist, wie man schon an der Farbe sieht, eine Linzer Goldhaube. Und ja, früher gab es doch diesen Film, die Donau-Prinzessin. Den haben sie alle geguckt. Da kamen die Frauen dann mit 20, 30, 40 Frauen hintereinander und hatten diese Haube auf. Aber die ist nur was, wenn man eine Lockenbracht hat. Und die habe ich nicht. Ich setze einfach mal auf. Ja. Und rutschen tut die Honor. Also nicht besonders schick, ne. Aber immerhin. Ich habe es gesammelt. Und sowas muss man dann halt einfach haben. Mein Torero-Hut, der stammt aus den 40er Jahren. Man denkt, der ist völlig modern. Ist er aber nicht. Auch mal gekauft. Preiswert. Also die Hüte haben kein Vermögen gekostet. Sondern wenn es teure Hüte waren auf den Flohmärkten, habe ich die sowieso nicht gekauft. So. Und den habe ich übrigens dann auch schon mal zum Ritterschlag angehabt. Deswegen wussten Sie, kannten Sie mein Gesicht mit diesem Hut, ne. Dreh dich mal rum. Da hinten sind zwei Schwänzchen dran. Da ist er allerliebst, ne. Ja, ich finde das auch schön. Der sieht mir sehr nach Gitterhut aus, ne. Ach, der war was für den Sommer, ne. Ja klar, damit die Luft und die Sonne an den Kopf kamen. Ich setze das mal auf. Wow. So, mit Schleierchen. Das war früher total in. Aber dieser Hut hat noch was ganz Besonderes. Er wurde, wir haben den geschenkt bekommen von einer Putzmacherin aus Bensberg. So nannt man die Hut, die die Hüte hergestellt haben. Und der wurde getragen 1953 bei der Krönung der Queen von einer belgischen Offiziersfrau, die hier in Köln ansässig war. Und die war da eingeladen. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Also, der, wie gesagt, der hat schon Buckingham Palace gesehen oder sowas ähnliches. Und jetzt ist er am Hanischweg, ne. Herrlich. Und er steht Ihnen auch besonders für. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kompliment. Dieser Hut wird Ihnen garantiert bekannt vorkommen. Auch das Gesicht hat. Ist nämlich die Queen. Sie haben gar nicht so Unrecht, Herr Müller. Jetzt raten Sie doch mal. Aber die Queen aus welchem Land? Die hat den immer aufgehabt. Sie hat jetzt... Schweden. Nein. Nein. Holland. Ja. Die Beatrix. Das ist der Hut von Beatrix. Natürlich nicht der Original. Das war ja eben der Original. Aber das ist jetzt nachgemacht. Und die Beatrix hatte immer so Hüte in dieser Art auf. Da ist sie immer zu identifizieren. Und den haben Sie so bestellt, machen lassen? Nein, den habe ich ganz schlicht und einfach in Röhrmont gekauft. Und weiß ich nicht, für 20 oder 30 Euro war gar nicht teuer. Aber ich fand das einfach schön, mal so einen Hut zu haben wie die Beatrix. Den verleihe ich auch sehr gerne und oft. Weil wenn Leute was darstellen wollen, die nehmen sowas, ne? Klar. Das ist was ganz Kleines. Ist das ein Vogelmess oder wie nennt man die? Nein, das ist der Traum von einem Hütchen mit viel Tüll. Der kommt aus Amerika, aus den 20er Jahren. Ja, der hat auch schon eine weite Reise hinter sich. Und ziehen Sie den mal an. Ja. Man muss ja auch wissen, wie man so einen Hut anzieht, ne? Ja, ich kann ja jetzt noch nicht mal in den Spiegel gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich wirke. Ich wirke dich sexy auch, ne? Der Kameramann guckt auch. Da muss ich auch mal wirklich lachen. Aber das ist mir egal. Die Hauptsache ist, andere Leute sehen vielleicht auch mal, was es für viele Arten gibt. Und das übrigens, man trägt heute wieder Hut, ne? Auch die Männer. Also deswegen, denke ich mal. Das sieht man ja an mir. Ich trage jetzt den nur noch. Da sieht man genau, was das für ein Hut ist. Das ist der Hut eines Karnevalisten, nicht eines FC-Fans. Ne, ganz genau. Und weil ich so gerne Karneval feiere, muss ich dann auch zugreifen, wenn ich sowas sehe. Besonders mit dem Dom. Ich liebe immer alles mit dem Dom. Und der Hut, der hat mir irgendwie so gut gefallen. Und der passt auch zu allem. Den kann man zum Frack anziehen, zu allen möglichen Kostümen. Und ich fühle mich mit Hut und mit Kopfbedeckung auch immer wohl. Nur, auf der Sitzung darf sie das nicht anziehen. Wenn einer hinter dir sitzt, da kann der ja nichts mehr sehen, was auf der Bühne. Jetzt übertreibt man dich so groß, bist du nur auch wieder nicht. Jetzt drehen Sie sich mal rum. Da ist ja noch mehr drauf. Was ist das, eine Maus oder irgend sowas? Nee, das ist ein Puschel. Ach so, eine Puschelmaus oder so. Das weiß ich doch nicht. Alles klar. Also, das war jetzt nur eine kleine Auswahl von Hüten. Ich glaube, Sie haben noch 10.000 irgendwo rumliegen. So viel nicht. Aber ein paar mehr habe ich noch. Also, das schon. Und wir machen auch immer in Altenheimen so Hutmodenschauen. Da sind die alten Leute immer ganz scharf drauf. Die wollen am liebsten immer alle Hüte kaufen. Die kapieren das nämlich ja nicht, dass das eine Modenschau ist. Da haben wir immer viel Spaß. Jetzt sind wir immer noch beim Brunesens. Nur in einem anderen Zimmer. Und zwar, und Sie wird, erstaunlicherweise sehen Sie, hier wird auch gesammert. Also hier Elektronik. Und zwar schöne alte Elektronik. Wenn ich davon anfangen würde, dann wären wir bis morgen noch hier. Und dann hier auf der anderen Seite immer noch Bücher. Also, das ist eigentlich, glaube ich, das Zimmer von Ihrem Mann auch noch, oder? Ja, genau. Ganz genau. Aber wir sind hier, weil es geht hier rum. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Jetzt sehen Sie das Ganze vernähert. Das ist natürlich eine Schulbank. Aber wir haben Sie jetzt wirklich mit Gewalt da rein gequetscht. Ich bin mal gespannt, wie wir die Frauen nachher da rauskriegen. Aber erst mal geht es um die Bank. Die ist ja klasse. Wo haben Sie die her und was ist das? Ja, also das ist eine alte Schulbank. Die haben wir aus Schweden 1978 mitgebracht. Das ist aber eine Einzelbank. Bei uns in den alten Schulen gab es keine Einzelbänken, sondern immer Doppelbänke oder sogar Dreierbänke. Aber die gefiel uns eben so gut. Und unsere Enkel haben auch sehr gerne da dran gesessen, haben auch auf der Tafel geschrieben. Und die ist einfach dekorativ. Ich passe jetzt wirklich kaum rein. Hier kann man das aufklappen. Hier ist ein Federhalter drin und ein Griffel. Hier kam ein Tintenfässchen rein. Das habe ich aber jetzt nicht drin. Das haben wir aber auch, weil wir früher mal ein Schulmuseum aufmachen wollten. Haben wir aber dann doch nicht gemacht. Aber wir haben eben als Lehrer vieles gesammelt. Und es war auch für die Kinder immer sehr interessant zu sehen mit Schiefertafel. Auf die Schiefertafel schreiben. Fanden die ja so toll. Da haben die geübt, geübt, wenn sie sonst auch keine Lust hätten jetzt zu tun. Aber das hatten sie dann gemacht. Oder zum Beispiel hier so eine alte Griffeldose. Ach, und da ist ja noch was Besonderes. Das Schwarze hier, da war eine Fuschzettel. Da konnte man sich was drauf notieren. Da hat der Lehrer ja nicht gesehen, wenn das da drüber war. Und ja, für Bleistifte und so weiter alles. Und ja, hier, das ist eine Schiefertafel. Da ist auch schon ein Rest drin. Und da haben die ja auch schön geschrieben. Ich habe auch mal was Schönes drauf geschrieben. Aber da kratzt ja auch so schön laut. Ja, da halten sich manche, wenn wir im Altenheim das machen, dann halten sich die Leute die Ohren zu, weil dazu unheimlich quietscht. Und an einer Tafel war auch immer noch ein Schwämmchen. Wir haben auch Schwammdöschen. Die wurde dann immer feucht gehalten, den ganzen Tag, dass man schön wischen konnte. Und hinterher mit einem gestrickten, wie Topflappen, wurde das sauber gerieben. Ich will das jetzt aber nicht machen. Dann geht die schöne Schrift weg. Dann wollen wir doch mal drauf lassen. So, dann haben wir hier noch eine alte Fibel. Auch ein ganz schönes Stück, nämlich, ich drehe das jetzt mal rum. Die heißt die Domfibel, also natürlich was aus Köln. Deswegen haben wir auch, ob die Hütze hier in den Kölner Dom drauf. Also Dom ist meine Affinität. Und also wirklich, ach so, hier, ja, das ist auch die schöne Seite noch. Ob die Kinder schneller daraus gelernt haben, die Buchstaben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie schön. Hier haben wir noch ein Rechenbuch, Kölner Rechenbuch, mit... Ach, da waren noch die Geldstücke drauf. Ja, 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 ist genau noch, ich glaube, aus den 30er Jahren oder sogar noch davor, 1926. Und da hatten wir ja die andere Währung. Das Ganze war dann im Ranzen. Der Ranzen sah natürlich nicht so aus wie heute. Reichere Leute hatten zum Beispiel einen Samtranzen. Das ist Samt. Das ist Samt. Da war ja verdammt viel Arbeit. Ja, 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 und hier mit Metall-Ecken, damit, ich meine, die Kinder haben der Ranzen auch halt in der Ecke gehauen, wenn sie keine Lust hatten, Hausaufgaben zu machen. Jetzt war hier früher, ich denke mal, der ist so ungefähr 100 Jahre alt, da war da Rotkäppchen drauf. Heute ist Star Wars und so eine Dresstrop. Ja, aber die Geschichten sind aber die gleichen. Ja, die Geschichten und auch der Inhalt ist vielleicht das Gleiche. Das war übrigens ein Jungenranzen, sage ich mal. Die Jungenranzen hatten die Klappe ganz bis unten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die eine größere Klappe hatten, die Jungen. Nein, überhaupt nicht. Aber so, das war ein Jungenranzen. Und jetzt haben wir einen Ranzen. Oh, so. Ja. Das ist ein Mädchenranzen. Der ist nur bis zur Hälfte, also auch aus Leder. Warum? Ja, das hat einen Grund. Und zwar konnte man, die Mädchen haben den Ranzen, das war nicht so wie heute jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, einen neuen Ranzen. Die haben den während ihrer ganzen Schulzeit und oft hinterher auch noch in der Lehre getragen. So, und damit die den, wenn sie jetzt ein bisschen erwachsener waren, fanden die das doof, den auf dem Rücken zu tragen, dann haben die hier die Träger hochgemacht und haben das so über den Arm genommen. So wie eine Tasche. Und das ist eigentlich der Grund. Hier ist noch was. Das hätte ich fast vergessen. Nämlich das hier. Ist das bekannt? Ja, das ist ein Butterbrotstäschchen für die Pause im ersten Schuljahr hat man das dann immer dabei gehabt. Im zweiten vielleicht auch noch. Damit man sich nicht die Bücher im Ranzen versaute, wenn die Butter vom Brot gelaufen ist oder die Apfelsine gequetscht oder Trinktütchen ausgelaufen ist. Das war die kleine Butterbrotstasche. Die hatte jedes Kind. So, jetzt komm mal ganz schnell, weil das hier, was Sie rechts und links sehen, da reden wir jetzt nicht drüber. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen mit den Bonesens eine Serie. Jetzt nicht so zu meinen, das wäre eine wilde Geherztrufe. Das ist immer noch der Matthias Bonesen. Er hat nur was anderes angezogen. Und oben haben wir den Kopf. Was ist das für eine Mütze? Das ist also eine Weste aus der Schwalm, hat er mir gesagt. Und in der Schwalm hat, haben die Farben sehr große Bedeutungen. Das heißt, Rot ist immer unverheiratet. Das ist also eine Burschenweste und dazu gehört die Burschenkappe, die ist mit Otterfell besetzt. Also muss extra, das ist eine Sonderanfertigung für mich. Hat der Schneider, den wir da kennen aus der Schwalm, hat das gemacht für mich. Beides zurecht. Weil andere Dinge nicht mehr gepasst haben. Wie Sie sehen, wir sind jetzt in der Kleiderkammer von ihm. Eben waren wir von seiner Frau und jetzt sind wir bei ihm. Und er hat circa genauso viele Hüte wie die Frau. Kann das sein? Nein, vielleicht zwei Drittel. Ach so, also wesentlich weniger. Okay, dann nehmen wir den nächsten Hut. Was haben wir denn da? Und die Bauern dort in der Schwalm, die tragen alltags dieses Hütchen. Das tragen zum Beispiel, das ist falsch, die Wildeckererzruhen tragen. Dann dieses Hütchen, das gehört aber eigentlich nicht zu der Weste. Das ist also ein Sommerhütchen, sommertags, alltags. Und sonntags tragen die Bauern einen Dreispitz und einen Kirschenrock, einen schwarzen Mantel. Das ist auch der Dreispitz. Das ist ein alter Dreispitz, so um die Jahre 1912. Und dann, was haben wir noch? Und jetzt geht es hier weiter. Hier ist also eine Männerkappe aus dem Bregenzer Wald. Ach so, nicht aus dem Osmanischen Reich. Der ist aus dem Bregenzer Wald. Es war noch ein Angebot von einem Dachdecker im Band. Und dann, ach der ist ja her, der Ludwig XIV. Nein, das sind dann so Zweispitze, die wurden von Amtsträgern. Das hier ist aber kein Amtsträger Zweispitz, sondern der gehört dem Schütze, dem Neus. Von dem Schützezug. Das ist dann so. Ach so, nicht quer? Da ist da hinten noch irgendwo, der kann ich holen, noch einer in einem Karton da oben. Der ist alt, mit Dreierfeder und so. Und dann kommen wir noch hinzu? Dann kam etwas, was ich in Koblenz aufgetrieben habe, von 1945. Die Franzosen waren ja in Rheinland-Pfalz. Und das ist von einem Kriegsschiff, Du Gaitroin aus Sete. Was ist das für ein Name? Du Gaitroin. Das ist das Schiff. Schön. Ja, und da sind wir schon beim Militär, ich kann hier weitergehen. Das kennt ihr sicher noch. Das ist eine Collegio. Ja, bis 1956 wurden die Chakos getragen. Wenn ein Einsatz kam, wurde die Pastille abgenommen. Das war nur Mode. Nein, die waren hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch was, rot-gold und sonst so. Ah ja, gut. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen heilig. Geistlich, ne? Sag mal, er kann ja alles tragen, ist ja unglaublich, der Mann. Also am Kopf zumindest. Ja, hier, das habe ich jetzt ein bisschen in die Stirn. Das hat meine Frau eben gesagt, hüte nicht in den Nacken, dann sieht man wie besoffen aus. So sieht man vorwegen aus, ne? Oder hier. So, da haben wir den noch, den Bibi. Das ist die Kreissäge. Die Kreissäge, ja. Wie gesagt, das muss dann so, damit ich das so mache. So. Und dann haben wir hier, oh, da sind wir. Der alte Feuerwehrhelm, ne? Da hängt ein Neuerrohr. Das F ist nicht von Feuerwehr, sondern von Freiburg. Was da vorne drauf ist, ne? Oh, das ist Messing, ne? Ja, 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 ja. So, und jetzt ziehen wir zum Schluss was Feierliches an. Die sind sehr hoch und ausgestellt gegenüber dem normalen Zylinder. Man wirkt dann auch gleich. Ja, 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 ja. Der Himpulheim gab es einen Pastor, Schäffers, der war sehr klein. Und der kriegte einen riesen Kaplan, einen Kaplan-Kümpel. Und wenn die die Schützenparade am Fachhaus abnahmen, dann holte sich der Schäffers den Zylinder und noch ein Dreierbänkchen, damit er so groß wie der Kaplan war. Ja, also jetzt bist du größer als ich. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Trachtenhut. Den haben wir in Bozen gekauft. Der ist aber aus dem Gräutnertal. Und der Mann war ein promovierter Hutmacher in Bozen. Sag mal, der Hut sieht an dir ziemlich albern aus. Ja, warum? Weil der rund gemacht ist. Guck hier. Da passt ja gar kein Kopf rein eigentlich, ne? Die Frauen trugen den auch und dann obendrauf, dass er dann ein Frauenhut ist. Siehste, kam mir gleich so komisch vor. Ja. So, liebe Pullen-TV-Zussehauer, jetzt haben Sie einen kleinen Teil der Sammlung von der Familie Bonesen gesehen. Es kommt noch mehr, aber dann in der nächsten Folge.